All right, all right, all right, Leute, willkommen zurück zu Geometry Dash, und zwar diesmal Clutterfunk, ne? X-Step hab ich letztes Mal geschafft, war dufter, aber Clutterfunk ist mal eine neue Ebene von Abfuck, richtig Abfuck. Ich hab Practice-Mode unendlich lang gespielt, aber ich hoffe mal, ich krieg das hin. Ich hör auch den Song jetzt zum ersten Mal. Mal gucken. Tüt, 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 okay. Bisher läuft's gut, bisher läuft's gut. Der Anfang ist noch ganz easy, aber es kommen immer wieder Stellen dran, wo man immer wieder verkackt. Und der Level ist gar nicht mal so kurz. Und mal gucken, vielleicht kann ich durch konstantes Reden das ganze Ausgleichen, ich glaub aber nicht. Ich hab hier so zwei Hassstellen, bei denen ich immer verrecke, und das sind die Flugzeuge. Die sind so fucking random, ich kann da einfach kein Muster reinkriegen. Okay, yeah, droppt, es droppt, es droppt heftig. Oh, na, ja, 44% für den First Try ist okay, würd ich mal sagen. Wir haben ja noch 5000 vor uns, bevor wir hier das Ende überhaupt sehen. Das Schlimmste ist aber sowieso das Ende. Das ist, da, da verreckt man, da verreckt man. Der ganze Level ist dafür aufgebaut, dass man verreckt. What? Was ist da passiert? Warum bin ich grad gestorben? Das wird so ewig dauern, oder? Das wird so ewig dauern. Ich hab versucht, den Practice-Mode von Anfang bis zum Ende ohne Checkpoint zu spielen, und ich hab's so selten geschafft, ey. Könnte die natürlich auch blind zocken, aber das Problem ist, das dauert die blind zu zocken, bis man die überhaupt halbwegs lernt. Deswegen mach ich immer den Practice-Mode im Hintergrund, und nehm dann den Real-Try auf, und hoffe darauf, dass ich das gewinne. Okay, droppt. Der Drop ist saunice, der ist richtig fett. So, 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 okay. Die erste Scheißstelle haben wir hinter uns, die zweite kommt aber noch direkt hier dran. Und zwar dieses Flugzeug. Dieses beschissene Flugzeug von... So, Flugzeug. Beschissenstes Flugzeug in dem ganzen Game. Das ist so klein und so fucking wendig. Und das knallt überall dran. Okay, wir haben die zweite Stelle geschafft. Jetzt kommt... Jetzt ist es... Jetzt ist man so weit, wo man sagen kann, ich hab ne gute Chance zu gewinnen. Und zwar kommt die letzte Stelle. Und die ist mies. Die ist mies. Hier gibt's so viel Timing-Sachen und Probleme. Oh Gott, ich sag lieber gar nix. Ich sag lieber gar nix. Come on. Come on. Oh, fuck it. Ich hab's doch gedrückt. Ich hab doch gedrückt. Warum, ey? Das war ein guter... Fuck, ey, oh. Das war ein guter Run, ey. 87%. Ich hab schon das Ende gerochen. Wisst ihr, das Ende... Das ist wie ein Schulschluss. Das riecht einfach nach Freiheit. Und ich will diesen Level einfach jetzt mal abhaken. Ich will den echt abhaken. Zock den schon so lange auf Practice. Und der Song ist aber so nice, muss ich sagen. Der ist echt nice. Werder kann den Beschissen stellen. Wie immer, wie immer. 500 Mal Practice Mode. Und es klappt alles super bei den Kackdingern da. Aber nein. Jetzt, wo es um alles geht. Und ich versuche, das hier so schnell wie möglich hinter die Bühne zu kriegen. Woosa. So ein dummes Booster-Pad. Und ich knalle volle Kanne drauf, ey. Beschissen ist kleines Flugzeug. Lieg und Sieg. Und die letzte. Drop. Okay, ich hab's geschafft. Okay. Es wird wieder ernst. Es wird wieder ernst. Es ist jetzt ein Try, der sich vielleicht auszahlt. Nur wenn die Nerven nicht versagen. Die Nerven... Das ist ein reines Nervenspiel, ey. So. Oh, fuck it, ey. Okay, ich bin durch. Ich bin jetzt immer so nervös bei der Stelle, weil der Mann so oft verstirbt. Aber wenn man hier erstmal weiter ist, so ein kurzer Entspannungsphase und dann geht's... Dann wird's ernst. Dann wird's ernst. Oh, fuck you, Mann, ey. Oh, nein, ey. Ich verleckere an der Scheiße da. Obwohl das eigentlich eine totale Easy-Win-Stelle ist. Fuck. Ich will doch noch diesen Level schaffen. Mit jedem Run sterbe ich früher. Mit jedem Run komme ich irgendwie einen Block weniger weiter als vorher. Ich weiß es auch nicht. Warum? Warum? Das sind die leichtesten Stellen, ey. So, danke. Endlich mal ein neuer Versuch. Den teer sich lohnt aus. Ich verrecke gleich wieder hier an der Stufe, ey. So. Ach, Mann. Ich hasse diese Timing-Stacheln, ey. So viel zu meinem Versuch. Fick die Wand dann, ey. Oh. 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 Bam. Siehst du, Game? Siehst du, Game, was passiert, wenn du dich mit einem Krieger einlässt? Gefickt habe ich dich. Oh. Okay. Okay. Ich kann das Scheißding abhacken. Ich kann das Ding scheiß abhacken. Ich werde nie wieder dieses dumme Game zocken. 12 Sekunden später. Ich bin der, 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 ich